Da haben wir schon keinen Platz mehr. Ja, ich habe jetzt zwar den Thruster vorne dran. Aber vielleicht wird auch das hier hinten. Ja, nee, aber ich finde halt... Weiß nicht. Ja, theoretisch müsste es trotzdem auch so funktionieren. Ja, wenn er das Geräusch hört, dann heißt das, es ist irgendwo schon wieder ein Asteroiden in der Atmosphäre eingetreten. Dann schafft man das doch wieder nicht. Oh Mann, ich habe mich jetzt extra schon ein bisschen beeilt. Damit wir vielleicht sogar noch die Flucht von dem Planeten sehen. Aber ich muss noch ziemlich viele... Ziemlich viele Containerbaune und alles, ne? Die denn hier irgendwie unterbringen, den ganzen Container. Ich werde jetzt hier auch nicht großartig versuchen, irgendein schönes Schiff zu bauen. Es soll einfach nur praktikabel sein, damit wir von diesem Planeten abbauen können. Ja. So. Store-Age. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Könnten reichen. Hoffe ich. So. Weil ich will eigentlich auch noch ein paar... ...Lufttanks mitnehmen. Äh, Lufttanks, Wassertanks. Ein paar Batterien. Wird wir schon mal nicht gleich wieder am Anfang hier mehr oder weniger gleich schon wieder sterben. Ey, da, das Ding wird ganz schön lang. Ja gut, ich könnte es auch noch in die Breite bauen. Aber... Aber... Wieso? Ja, aber ich denke mal, hier würde ich wohl alles reinkriegen, was ich hier habe. So. Ich denke mal, zehn Batterien, äh, ja, zehn Batterien, ne. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. 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 Ähm. So. So. Und... So. So. Ich brauche mehr Curved Wires, ja ihr seht es schon, ich will es schon ein bisschen länger jetzt machen, ich sehe, komm ey, das Ding, da fliegt mir bald so ein Asteroid auf den Kopf, Electricity, Curves, ja 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 ja, jetzt muss ich bloß überlegen, wie kriege ich den Schrömmchen ja ja, der will gerade nicht so wie ich will jetzt ja 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 Da sieht es ja jetzt jedenfalls schonmal, was jetzt hier wirklich geplant ist. Oh, das kann schonmal weg, das kann schonmal weg. Den kann ich schon erstmal reintun, den kann ich reintun, die kann ich reintun. Die kann ich erstmal weg tun, die kann ich weg tun, das kann ich weg tun. Ja, ich müll mich jetzt erstmal nur so rein. Keine grossartige Ordnung hier oder so. Ja, jedenfalls, ich werde jetzt hier natürlich erstmal alles abbauen. Ja, mal gucken, wo wir halt im nächsten Part dann ankommen. Aber das ist ja sowieso wieder die letzte Folge für die nächsten zwei Wochen. Ne, das kommt dann wieder in die neue Aufnahmeseason, will man denn hier weitermachen. Ne, bis dahin könnte sogar vielleicht schon wieder ein neuer Patch draußen sein. Ja, die kommt, wir machen mal eine Überlegung ab. Ich will halt diese Scheiss, diese Scheiss hier noch unbedingt abbauen. Ja, aber ich will jetzt auch nicht die ganzen Materialien hier lassen. Nachher auf einem neuen Planeten muss ich es ja dann sowieso wieder bauen, ne. Da kann ich nicht einfach hier schon mit Condole Bails anfangen, ne. Ach, Mann. Ach, ja. Ja, aber die habe ich dann wenigstens schon mal, die brauche ich dann wenigstens schon mal nicht mehr bauen. Das spart schon mal sehr viel Ressourcen. Ja, das ist ein bisschen lästig, dass du wirklich wegen jenen kleinen Fitze hier jetzt sozusagen klicken, doppelklicken musst mehr oder weniger, ne. Einmal draufklicken, dann entfernen. So, und es wird gleich wieder dunkel, dann sehe ich sowieso wieder nichts. Und das hatte ich halt teilweise dann schon offline gemacht, ne. Ja, ich hoffe, ihr seht es mir jetzt nicht übel, dass ich eine kleine Überlänge hier mache. Aber ich will unbedingt jetzt so schnell wie möglich von diesem Planeten in diesem Part noch weg, wenn es nicht gerade schon in der Dunkel wird, ey. Ich hasse es. Es kotzt mich einfach an, diese Dunkelheit jedes Mal so schnell. Ja, wenn ich mal ein, zwei Kabel hier vergesse, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt so schlimm. Ja, mit diesen Kontrolls, da ging es ziemlich einfach, weil die eine ziemlich große Hitbox haben. Und ich darf halt bloß nicht zu weit abbauen, ne. Ich kann jetzt erstmal nur bis zu dem einen Kohlefeld abbauen. Ja. 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 Ja, diese scheiß Dunkelheit, ja. Ich würde lieber mal den Tag hier nutzen sollen, diese scheiß Jatt zu bauen, ne. Hätte ich, na gut, hätte ich eigentlich schon offline machen können. Aber ich wollte unbedingt mal halt dieses Zeug kapieren, ne. Wie das mit diesem Sprit funktionieren, ne. Halt diese Fullstation, die jetzt halt funktionieren, ne. Das wollte ich unbedingt kapieren. Ja. Wie ich schon immer wieder sage, ne. Strommasten, Ebay, Factorio, ne. Würde hier sehr viel erleichtern. Ich sehe das sowieso gleich schon kommen, ne. Dass ich hier viel zu viel abbaue. Achja. So, das andere Förderband ist schon in Sicht, also kann eigentlich jetzt das Kohleförderband noch nicht, nicht mehr sehr weit entfernt sein. Das muss ich ja noch stehen lassen. Uh, ich bin doch noch ziemlich weit entfernt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe bloß, dass mein Schiff nicht zerhauen wird, äh. Aber ich habe da jetzt keine Turrets, ähm, keine, keine Geschütztürme drauf. Ich hoffe, dass das Ding eigentlich bald mal voll aufgeladen ist, dass wir dann auch bald los können, ne. Da müssen wir ja auch noch drauf warten. Achja. Ja, aber das sind eben alles Materialien hier, ne. Die will ich nicht zurücklassen. Das sind alles Ressourcen. Wie halt man auf den Planeten, auf den neuen Planeten halt schon gut gebrauchen kann. Ja, ich will jetzt auch nichts großartig stehen lassen hier. Ich könnte zwar hier was stehen lassen und den Planeten halt für Spritproduktion nutzen. Ja, oder weniger, ne, weil Sprit braucht ja Wasser en masse, ne. Da ist halt diese Eis... Wäre diese Eisplanet schon nicht schlicht. Ja. So. So, bald sind wir da, bald sind wir da. Ich hoffe, dass meine Basis noch so lange durchhält, ne. Wie gesagt, ähm, vorhin, als ich halt da die ganze Zeit ausprobiert hatte, ne, war im Endeffekt schon fast nichts mehr von meiner Basis übrig, ne. Und ich hatte kein Eisenerz mehr, um überhaupt mal wieder aufzubauen, ne. Komplettes Eisenerz alle, ne. Deswegen hatte ich mich jetzt auch erstmal dafür entschieden. Das Eisenerz erstmal in einen Container. newspapers총 Einsenbarren hatte ich ja noch. Das Eisenerz hatte ich ja noch genutzt.